so einen wunderschönen guten morgen herzliche grüße vom schönsten ende der welt nach deutschland mein name ist jörg prinz und ich werde heute über die anwendung von spooky 2 bei lymphomen und leukämien sprechen zu beginn gleich mal was juristisches nämlich den haftungsausschluss frequenztherapie mit spooky ist sehr experimentell genauso wie die schulmedizin auch aber weder ich noch die hersteller die vertreiber für spooky geräte können für irgendwelche schäden haften die in verbindung mit aussagen oder geräten die in diesem webinar besprochen werden aufkommen und mit ihrer teilnahme hier und heute erkennen sie das bitte an fragen zum webinar möchte ich bitten in der q also christian answer sektion des zooms einzutragen die werde ich am ende durchgehen und beantworten so gut ich kann außerdem werde ich zum ende noch mal ein paar daten durchgeben wie sie mich persönlich für eine persönliche beratung erreichen können ja ich bin seit den 70er jahren in verschiedenen rollen im medizinischen bereich tätig ich habe zum schluss an der universität in gießen studiert und dort promoviert aber ich hatte auch das vergnügen akupunktur und elektro akupunktur an der universität zu lernen was sehr fortschrittlich war das heißt also ich hatte schon immer ein bisschen einen hang zum alternativen gehabt 1990 bin ich ausgewandert nach neuseeland habe dann noch eine weile im wakatwane im hospital im krankenhaus gearbeitet habt aber dann mitte der 90er jahre die schulmedizin an den nagel gehängt und bin also seit 2000 2001 als heilpraktiker hier tätig ich beschäftige mich hauptsächlich mit energie medizin das heißt ich benutze geräte wie ein scanner microcurrent geräte kaltlaser therapie ich mache energy energy scans also energie beurteilung energie psychologie und vieles andere mehr verstehen bisschen was von homeopathie und schutz vor elektromagnetischen frequenzen mein interesse an der nutzung des spooky ist mehr die physiologischen effekte und was die frequenzen auf den menschlichen körper positives bewirken können technisch gesehen bin ich da nicht so firm hier gibt es andere uhrtragende wie den sebastian buhr oder den jörg pohl die verstehen von der technik weit mehr als ich so ich möchte also heute mal über noch so ein bisschen nachtrag machen vom letzten webinar das ist ein bisschen kurz gekommen weil das weil ich da zu viel anderes zu erzählen hatte dass ich ein bisschen was über die allgemeine krebs therapie spreche und die einzelnen punkte auf der linken seite hier durch gehe und dann wenn wir uns natürlich den hematologischen erkrankungen zu sprechen über ursachen therapie ansätze und wie man natürlich die spucke zwei geräte wirksam einsetzen kann ja allgemein zum thema krebs also ich kann das auch wiederum in diesem webinar nur kurz anreißen jeder dieser punkte da können wir stundenlang drüber reden aber fangen wir mal an mit dem emotionalen stress den viele krebspatienten haben es ist also dauerstress oder sind seelische traumata wenn es um lymphomen leukämien geht ist dann oft ein ereignis dabei das durch mark und bein ging und dort im knochen mark halt eben veränderungen hervor für hervor rufen kann mit den ärzten oder mit der mit der schulmedizin ist ein bisschen problematisch die machen vorsorgeuntersuchung man geht dahin nichts ahnend kriegt eine diagnose gestellt das schon mal panik angesagt dann werden hier therapie vorschläge gemacht die auch eher erschreckend sind und es wird ein zeitdruck ausgeübt muss gleich morgen operiert werden sonst wird schlimmer dann kommt natürlich noch mehr panik auf und wenn man dann auch ungefragt eine prognose an kopf geknallt kriegt wie lange man noch zu leben hätte wenn man nichts macht dann ist natürlich alarmstufe rot also zusätzlich zu dem dauerstress der als ursache für den krebs entstanden es wird jetzt noch oben mal schön was draufgepackt das finde ich einfach nicht gut so wo kommt der dauerstress her ja da kommt mal von den nachrichten zum beispiel also ich empfehle allen meinen patienten die an krebs erkrankt sind erst einmal ihr fernsehgerät wegzuschmeißen und sich nicht mehr anzuhören was auf der welt so alles passiert weil es wird ja sowieso nur das schlechte berichtet und wenn jemand nur schlechte nachrichten kriegt und nur in angst lebt dann trägt das natürlich maßgeblich zur aufrechterhaltung einer jeglichen erkrankung vor allen dingen einer krebs erkrankung mit beiden sind also gespräche mit vertrauten wesentlich besser egal ob das sie aus familie sind oder freunde und bekannte außerdem bringe ich eigentlich jedem patienten bei wie man eft macht eft ist die abkürzung für emotional freedom technik das ist eine art und weise wie man halt die emotionalen spitzen die man mit irgendwelchen erinnerungen und ereignissen aus dem leben ein bisschen abdämpfen kann aber natürlich kann man auch den spooky verwenden es gibt ja viele programme zum thema anxiety also ängstlichkeit vier furcht dann gibt es halt frequenzen wie 528 die liebesfrequenz die man abspielen kann einfach um dem etwas gegen zu wirken und viele mehr ich sage gleich mal vorweg ich habe ein paar also zwei pdf dateien vorbereitet wo solche programme alle aufgelistet sind die stelle ich dann nachher in den chat die kann sich jeder runterladen und da sind die alle aufgelistet das zweite große thema bei krebs erkrankung ist ernährung zum einen ist die qualität unserer lebensmittel natürlich ziemlich im keller da sind viele sachen drin die da eigentlich nicht rein gehören die sind alle in plastik verpackt dann spielt natürlich auch die menge der lebensmittel die man zu sich nimmt eine große rolle man kann auch übergewichtig werden von organischem essen aber jeder krebs patient egal welche maligne erkrankung er hat oder sie hat sollten also kohlenhydrate zucker und alkohol tun nicht vermeiden denn das trägt dazu bei den krebs ein bisschen mehr zu füttern ein guter start in den tag ist warmes zitronenwasser am morgen es gibt aber auch so sachen wie löwenzahn zur leberreinigung und natürlich gibt es eine menge detox programme die auf spooky laufen können aber man muss halt wenn man eine maligne erkrankt man muss nicht aber man sollte wenn man eine maligne erkrankung hat einfach mal sein leben ein bisschen unter die lupe nehmen und wichtige sachen einfach umstellen und ernährung ist sicherlich ein wichtiger teil so viel wie möglich organisch statt fertig zubereitete sachen die man im supermarkt angeboten bekommt wasser ist ein riesengroßes thema die meisten leute haben zu wenig flüssigkeit im system es gibt ein forscher gerald pollack der hat ein buch geschrieben the fourth phase of water also die vierte phase von wasser außer dampf flüssig und eis kam dennoch arm mit strukturiertem wasser und dieses strukturierte wasser kann in der zelle oder wird in der zelle so aufgebaut wenn genug energie da ist und hilft wesentlich einen geordneten stoffwechsel zu unterhalten wasser spielt eine riesengroße rolle lück montagnier das war nobelpreisträger nicht für den versuch sondern zum thema hiv der hatte mal einen interessanten versuch gemacht der hat also wasser genommen und hat dort das war sauberes wasser hat dna reingetan und dann hat er diese dna da eine weile drin sitzen lassen dann wurde die dna rausgefiltert und das wasser wurde also behalten und dann hat man bruchstücke von dieser dna wieder in das wasser hinein gegeben und hat es ein paar stunden sitzen lassen und als man danach untersucht hat wie die dna bruchstücke sind dann waren es keine bruchstücke mehr sondern die dna hat sich wieder völlig aufgebaut wie das vorher auch war der weitaus interessantere teil war gewesen dass er dieses wasser ohne die dna mal elektromagnetisch analysiert hat und eine datei erstellt hat und hat diese datei per internet er saß in frankreich nach italien geschickt und in italien hatten kollege diese datei benutzt und hat neutrales wasser befeldet hörende zeitlang und hat dann dna bruchstücke reingegeben und bei dem passierte genau das gleiche dass sich die dna wieder aufgebaut hat interessante versuche die zeigen aber auch wie gut frequenztherapie funktionieren und wie gut die spooky anwendungen sein können also zwei bis drei liter wasser wäre gut es sollte gefiltertes wasser sein es sollte alkalisch sein wenn möglich strukturiert sein da gibt es viele verschiedene möglichkeiten und methoden um das zu tun mit dem spooky kann man zum beispiel mit der 5 spule oder dem laser minuten bis stunden wasser befelden und kann da auch frequenzen mit aufladen und hat dann ein wesentlich besseres wasser als wenn man nur ein gefiltertes wasser hätte man kann mit hilfe von frequenzen den säuregehalt reduzieren und das ganze alkalischer machen man kann schumann resonanzen und schumannwellen eingeben alles trägt dazu bei das wasser besser verdauerlich für den körper zu machen und auch den zellen letztendlich strukturiertes wasser anbieten zu können bewegung ist ein riesengroßes thema beziehungsweise das fehlen von bewegung wer sich regelmäßig bewegt und wenn das nur spaziergänge sind die bisschen strammer gelaufen sind oder mit dem fahrrad fährt oder sonst irgendwas macht der schüttet einfach mehr endorphine aus die dazu beitragen dem körper zu regulieren es gibt bei muskelbewegung auch einen pizzoelektrischen effekt der mithilft elektronen zu bewegen und bereitzustellen es stärkt natürlich muskulatur und bänder und außerdem werden sogenannte myokine ausgeschüttet wenn man sich bewegt myokine sind botenstoffe die auch im immunsystem eine große rolle spielen für patienten mit lymphomen und leukämien ist so empfohlen zum beispiel und rebounder zu benutzen ich weiß nicht wie das auf deutsch heißt das ist so ein kleines mini trampolin das ist ein bisschen straffer gespannt als die normalen trampoline und da so eine halbe stunde am tag darauf rum zu hopsen weil das regt also den lymphfluss gut an und hilft lymphe zu transportieren der alte gute kneipp ist auch wieder modern geworden kalt heiße wassertreten ist eine gute methode und man sollte zusehen dass man so ein bisschen ins schwitzen kommt egal was man macht ob man fahrrad fährt oder dieses macht oder irgendwas anderes spielt keine rolle natürlich kann man mit dem pf spule und mit dem laser auch noch ein bisschen mithelfen vor und nach bewegungen kommen also programme laufen lassen wie zum beispiel atp generate und wenn man dann das programm beendet hat da gibt es also hier programme die heißen body 1 die gehen durch bis nummer 13 oder fatigue of muscles die man also einspielen kann egal wie mit kontakt oder mit laser oder mit mp ein ganz großes thema ist natürlich mittlerweile die elektromagnetischen frequenzen die sind nämlich überall man kann sich gar nicht mehr dagegen schützen man sollte aber so weit wie möglich gerade als patient mit lymphomen und leukämien zusehen dass man die so weit wie möglich vermeiden weil elektromagnetische frequenzen die hier abgesendet werden schädlich sind im vergleich zu den elektromagnetischen frequenzen die zum beispiel von einem therapiegerät wie dem spooky herkommen was ist der unterschied die schädlichen elektromagnetischen frequenzen sind chaotische signale die sporadisch kommen und unbeständig sind während die heilenden elektromagnetischen frequenzen von dem spooky zum beispiel kohärent sind regelmäßig einförmig sind das skala sicherlich das stabilste natürlich liegen beide frequenzen im bereich leben der zellen aber dadurch dass die strahlen die abstrahlung oder die fälle kohärent sind unterstützen sie den organismus und während elektronen von schädlichen elektromagnetischen frequenzen freie radikale schaffen bringen die kohärenten eigentlich freie radikale unter kontrolle hier habe ich ein ding gefunden das ist mir kürzlich über den weg gekommen über den weg gelaufen habe ich auch gedacht das kann ja wohl nicht wahr sein aber ich habe es nochmal gegoogelt das ist ein patent ich weiß zwar nicht ob das jetzt vielleicht großer blödsinn war dass irgendeiner sich einen schlechten scherz erlaubt hat aber ich habe eigentlich unter dieser nummer hier bei google dieses patent hier gefunden und das heißt systems and methods for convertly creating adverse health effects in subjects auf deutsch systeme und methoden zur verdeckten erzeugung gesundheitsschädigende effekte bei versuchspersonen ich frage mich wie krank sind die leute eigentlich und wie krank sind die leute eigentlich die sowas patentieren aber noch schlimmer sind die die es dann wirklich letztendlich einbauen und wo bauen die sowas ein unter umständen bauen die das in smart meters ein smart meters und smartphones da denkt natürlich jeder erstmal dran smart ist bestimmt clever aber smart ist eine abkürzung steht für self monitoring analysis and reporting technologies also selbst überwachungsanalyse und berichtstechnologie und die überwachung lassen wir mal raus in die analyse allein hier diese berichtstechnologie das ist der springende punkt dass diese geräte ständig mit dem sendemast in verbindung sind auch wenn man nicht telefoniert ständig wird also ein elektromagnetisches feld erzeugt erzeugt mit mit das sporadisch ist und inkurrent und deswegen sollte jeder egal ob er krebs hat oder nicht nachts sein smartphone ausschalten am besten in einem anderen raum aufbewahren wenn es denn nachts aufgeladen werden soll man sollte den wifi abschalten gut wenn man es in der wohnung abschaltet dann sind die nachbarn kommt immer noch was durch aber je weniger je besser smart meters die also strommeter die ähm pausenlos überwachen ähm welche geräte gerade laufen wie viel strom verbrauchte die sollten eigentlich gar nicht erst eingebaut werden und wenn ihr eine möglichkeit habt die ausbauen zu lassen gegen analogmeter zu tauschen was wahrscheinlich schwierig bis unmöglich ist dann sollte man das tun telefone sollte man nur mit kabel kopfhörer benutzen das gerät sollte weit vom körper weg sein je weiter es weg ist ähm umso besser weil das feld reduziert sich relativ rasch und die länge der kabel ist eigentlich okay ähm wer einen computer hat der sollte die nur über ethernet kabel betreiben das machen die schweizer übrigens schon in den in den universitäten da ist also kein wifi mehr dann sind die neuen autos natürlich ein problem elektronik und radar ich kenne also viele leute die können diese neuen autos gar nicht mehr fahren weil die halt sehr sensibel sind und ähm die fahren nach fünf minuten drin und dann geht es denen ganz schlecht es gibt zwar schutzkleidung und es gibt vorhänger und amulette aber gut manche müssen das benutzen damit sie überhaupt irgendwie noch freude am dasein haben aber vermeidung ist natürlich die bessere art und weise so und ein paar andere nützliche elektromagnetische Frequenzen für Leukämien und Lymphome sind zum Beispiel die Anthony Holland 11th Octave in the Base Sets ähm ich sag da gleich noch ein bisschen mehr dazu aber wer uns interessiert Anthony Holland da gibt es YouTube Videos und Ted Talks wo er beschreibt wie er ähm Leukämiezellen ähm mit so einem Setting ähm zerstört hat erfolgreich so ähm es ist ein allgemeines Problem beim Krebs ist es normal ein Problem bei Lymphomen und Leukämien wahrscheinlich eines der Hauptprobleme das sind nämlich die Schwermetalle es gibt also Verbindungen zwischen Schwermetallbelastung und ähm Erkrankungen der weißen Blutkörperchen Bleigehalte in roten Blutkörperchen machen hämatomologische ähm Tumoren beziehungsweise Malognome ähm ist bekannt aber die wenigsten Hämatologen gehen darauf ein so welche Schwermetalle meine ich Blei, Quecksilber, Cadmium, Arsen gibt es aber noch ein paar andere Beryllium und so weiter die beste Art und Weise um Schwermetalle aus dem Körper zu entfernen ist Schwitzen Schwitzen entweder durch sportliche Aktivität aber auch durch Sauna und ganz besondere ähm Far-Infrared-Saunas die wirken am besten man kann natürlich Adsorptionsmittel benutzen wie aktivierte Kohle oder Tonerden Cleanoptilolite ist ein ein gutes ähm eine gute Tonerde die man benutzen kann und dann gibt es natürlich Gelatherapien gibt es also Neuseeland hinkt da etwas hinterher ich denke dass in Deutschland Österreich und der Schweiz gibt es sicherlich ähm gute Kliniken die ähm eine eine gescheite Gelatherapie anbieten es gibt mittlerweile ein Präparat das heißt MBMI Emiramide und falls man das sieht auf dem Internet das kann man eigentlich nicht kaufen ähm weil es erst in der Phase 2 Erprobung ist aber ich habe schon Angebote gesehen für Emiramide aber das sind halt Fälschungen da würde ich die Finger davon lassen bis das ähm die Phase 3 durch ist und die ihre Zulassung haben für diesen Chillout Auf dem Spooky gibt es natürlich zig Detox Programme für Heavy Metals die gibt es auch einzeln Detox für Blei ähm und andere Metalle ähm ist alles in der großen Liste drin ähm die in dem PDF die ich in dem PDF vorbereitet habe jo wenn jemand Krebs hat dann ist sein Immunsystem nicht mehr so ganz ähm am Arbeiten wie es sollte und wir wissen dass Leute die also Long Covid haben oder ähm ähm die den Impfstoff bekommen haben dass deren Immunsystem pausenlos damit beschäftigt ist ähm ähm Spike Proteine abzufiltern ähm und wenn wenn sie natürlich weil diese Spike Proteine überall im Körper gebildet werden können äh ist das Immunsystem an vielen Fronten beschäftigt und dann kann es natürlich passieren dass dann andere Erkrankungen Infektionserkrankungen und auch äh äh natürlich Krebserkrankungen ähm ähm vom Immunsystem übersehen werden wer also Long Covid hatte oder geimpft ist würde ich und Krebs hat und das behandeln will dem würde ich auf jeden Fall raten Nattokinase zu nehmen 2000 äh Einheiten zweimal pro Tag Promelain 500 Milligramm am Tag und Kurkumin ähm ähm mindestens 1000 bis 1500 Milligramm also zwei bis dreimal am Tag ähm ähm das zu nehmen ähm und für eine lange Zeit die Leute die asymptomatisch sind die keine Krebserkrankungen haben ähm und geimpft sind die sollten das mindestens mal drei Monate nehmen ähm ähm Leute die irgendwelche Erkrankungen haben die möglicherweise damit zusammenhängen sollten das für mindestens mal ein Jahr nehmen und natürlich Vitamin D ist wichtig gerade jetzt in Deutschland fängt der Winter an der Herbst an ähm ähm 5000 Einheiten pro Tag ist wahrscheinlich ein guter Durchschnittswert kann man weniger sein wenn jemand kleiner und leichter ist als Durchschnitt und das sollte man kombinieren mit Vitamin K2 und natürlich Zink weil das alles hilft das Immunsystem in Schwung zu halten ähm ja dann haben wir natürlich die ganzen Umweltprobleme die Ackerböden sind nicht mehr das was immer waren da fehlen Mineralien und dafür sind Schwermetalle drin ähm Geoengineering also das Besprühen der Atmosphäre mit ähm Schwermetallen ist ja mittlerweile auch ziemlich gang und gäbe und ähm ähm dann haben wir die ähm genetisch modifizierten ähm Nahrungsmittel ähm die helfen auch nicht Kosmetika und Pflegemittel sind voll mit Sachen die eigentlich auch von dem Körper relativ unverträglich sind man kann sich also so gut wie gar nicht mehr dagegen schützen nichtsdestotrotz sollte man jetzt nicht vor lauter Angst ähm ähm ständig ähm drinnen sein sondern Sonne und Luft ähm die alten Licht- und Luftbäder ähm sollte man sich wirklich antun wo immer es geht wer das Glück hat in einem Kurort zu wohnen wo es Salinen gibt kann ich nur empfehlen da kriegt man so viel Energie in Form von Elektronen wenn man da durchgeht und einatmet kann ich nur empfehlen gut wenden wir uns mal dem eigentlichen Thema nämlich Lymphome und Leukämien zu oder wir machen wir hauptsächlich Lymphome ähm die Leukämien die laufen so ein bisschen nebenbei aber im Prinzip ähm gilt das gleiche für beide Erkrankungen ähm Lymphome und Leukämien sind halt eben Krebserkrankungen des Immunsystems und Lymphome werden nochmal aufgeteilt in Hodgkin und Non-Hodgkin da gibt es T-Zell-Lymphome B-Zell-Lymphome und viele andere Unterabteilungen ähm wir unterteilen das bei der Anwendung mit Spooky eigentlich nur in die Hodgkin und Non-Hodgkin und für manche T- und B-Zell-Lymphome ähm und die Leukämien sind ja nun auch gut definiert und die Programme sind bei Spooky zu finden so das heißt die Lymphgefäße sind betroffen und natürlich die lymphatischen Organe Rachen, Mandeln Thymus, Milz und Knochenmark ähm ähm ups hier ist nochmal ein anderes Bild ähm über das ähm lymphatische System ähm ähm ursächlich also sagen wir so die weißen roten Blutkörperchen werden im Knochenmark gebildet das heißt da sitzen die bösartig veränderten Zell Zellen die also ähm ähm veränderten Blutzellen und weißen Blutkörperchen produzieren und beim Erwachsenen sind das also die langen Röhrenknochen wie der Oberschenkel der Unterstehen also Tibia ähm Becken ähm ein bisschen um Sternum und ähm ähm von da aus da sitzen also diese diese Zellhaufen die die falschen weißen Blutkörperchen äh und teilweise roten Blutkörperchen produzieren und dann werden die natürlich in die Blutbahn entlassen und werden dann ausgefiltert im lymphatischen System das ist dann hauptsächlich ähm fühlbar im Nacken in den Achseln und in den Leisten und letztendlich betrifft es natürlich auch die Milch die Milch ist dann meist vergrößert meist oft auch tastbar vergrößert so das sind also die Symptome lymphkronen Schwellungen rezidivierende Infektionen ähm das Blutbild gibt dann Auskunft was da nicht in Ordnung ist manche Hämatologen machen Toxikologie der Schwermetalle ähm ähm in Deutschland wohl eher in Neuseeland ähm habe ich mal nachgefragt das sind die gar nicht daran interessiert aber sie machen dann nochmal Untersuchungen ob da Genveränderungen da sind weil das ist ja nun mittlerweile das ähm Lieblingsthema der heutigen Medizin und finden dann oft auch mal Veränderungen die Ursachen da hält man sich bedeckt also Schwermetalle wie gesagt ist in Neuseeland noch nicht durchgedrungen ähm aber wir wissen dass Viren eine ursächliche Rolle spielen und da besonders Epstein-Barr-Virus das wird auch oftmals routinemäßig ähm gemessen das sind also Herpesviren die die infektiöse Mononukleose oder das sogenannte pfeifische Drüsenfieber verursachen ähm Zytomegalie macht das gleiche jetzt haben wir ein anderer Herpesvirus ähm und dann gibt es T-Zell lymphotrophische Viren und noch ein paar andere mehr ja jetzt das ist ja nun die Stärke des Spooky-Systems dass man vor allen Dingen mit Kontakt und mehr noch mit Plasma ähm solche Viren platt machen kann und zwar wenn man Killing-Presets benutzt beziehungsweise für das Plasma Advanced Plasma Preset und es ist eine ellenlange Liste von Programmen im Spooky Software die genau diese Herpesviren Epstein-Barr Zytomegalie und so weiter ähm ähm als Zielobjekt haben und die sollten auch möglichst genutzt werden Schwermetalle wie gesagt spielt eine große Rolle ähm ähm bei den ähm Knochenmarkerkrankungen oder den lymphatischen Erkrankungen vor allen Dingen Blei das setze ich gerne im Knochen ab Arsen Quecksilber Cadmium viele mehr ähm ein Testergebnis ähm von einem Lymphonpatienten hier ist Blei ziemlich hoch Quecksilber ist hoch Cadmium ist oben ähm Chrom Arsen Antimonitalium ist im grünen Bereich aber es sollte eigentlich hier gar nicht erst groß zur Kältung kommen und Aluminium ist auch erhöht was aufgefallen ist in den letzten Jahren ist folgendes wenn immer ähm Geoengineering betrieben wurde zwei bis drei Tage später kann man nachweisen dass ähm die Schwermetalle hauptsächlich Aluminium ähm und Quecksilber ähm im Blutspiegel erhöht sind was kann man dagegen tun ja man kann natürlich wie gesagt Spooky benutzen aber man kann zusätzlich Mineralien ausgleichen ähm man sollte wieder mit ein B3 zu sich nehmen und dann die gesamten Detox Presets ähm benutzen die im Spooky Software zu finden sind Stres ist wie gesagt ein Hauptthema ich kenne kaum Leute die nicht gestresst sind egal welche Erkrankung sie haben ähm spielt in vielen Sachen eine ursächliche Rolle ähm Nachrichten habe ich schon erwähnt aber Stress am Arbeitsplatz spielt eine riesengroße Rolle ähm bei manchen Patienten empfehle ich wirklich dass sie sich überlegen einen anderen Arbeitsplatz zu suchen was natürlich heutzutage fast auch utopisch ist weil ähm die Arbeitslosigkeit ja mehr und mehr zunimmt Arbeitsplätze verschwinden und ähm ähm wenn man eine Arbeit macht die einem keinen großen Spaß macht und dann auch Stress hat mit irgendwelchen Bullys und irgendwelchen ähm Chefs die ähm ähm einem nicht unterstützen dann ähm ähm ist das halt schwierig mit der Familie ist genau das Gleiche ähm es ist ich bin immer wieder baff zu hören wenn irgendwelche Leute ins Krankenhaus gehen sich untersuchen lassen kommen zurück passiert meistens den Frauen leider Gottes ähm ja erzählen sie ihrem Mann ja ich hab Brustkrebs ich muss morgen operiert werden und die Männer lassen die einfach stehen und hauen ab weil sie damit nicht umgehen können ich hab's natürlich auch schon anders erlebt dass ähm Leute gesagt haben oh ja ich war jetzt so lange alleine und jetzt hab ich eine Krebserkrankung jetzt wird's mal Zeit dass ich mir wieder einen Partner suche aber das sind die wenigsten und manchmal ist die Trennung von einem Partner auch therapeutisch sehr wichtig aber das ist halt individuell unterschiedlich nichtsdestotrotz Stress egal wo er herkommt mit Spooky mit Spooky können wir per Laser mit der PEMF Spule oder wer hat den Skalar ähm wirklich entspannend äh entspannende Programme mental emotionale Programme benutzen und ich hab so ein paar aufgelistet aber es sind so viele es sind ja 60.000 Programme in diesen in dieser Spooky Software drin das sind sicherlich mehr als ich aufgelistet habe die hilfreich sein könnten nichtsdestotrotz die Ursache spielt natürlich immer eine Rolle und die sollte man möglichst wenn's geht beheben so ich hab ja nun das letzte Mal viel erzählt über das DB Cancer Programm also das Cancer Protocol von David Berg und natürlich kann man das bei Lymphoma und bei Leukämien genauso benutzen und das besteht ja aus zwei Phasen das ist nur eine kurze Wiederholung ähm die Detox Phase und die Behandlungs Phase ähm wer schon ausgiebig Terrain Protokoll gemacht hat ähm wenn er sogar mit mit Kontakt gemacht hat oder ähm mit Plasma der kann natürlich dann gleich in der Phase 2 anfangen ähm ähm und natürlich den ähm den Krebs behandeln ähm die Detox können gemacht werden wie gesagt mit Remote, Kontakt, Plasma sogar mit Scaler allerdings ähm ich vorzuge eigentlich Kontakt und Plasma für meine Patienten die meisten machen das auch so das heißt wir verwenden die ersten fünf Presets ähm und nach dem Plan den ich letztes Mal ähm ähm gebracht habe ähm man findet ähm die ähm ähm Programme unter CancerDB und dann entsprechend Kontakt oder ähm also hier in dem Fall Kontakt oder andere Formen wie Plasma und so weiter ähm ähm und dann behandelt man halt eben die ähm ähm Leukämien oder Lymphome und da sollte man mit Kontakt arbeiten weil es halt stärker ist und Remote nur zur Unterstützung benutzen und wenn man dann mit Plasma arbeitet da sollte man die Röhre benutzen weil die einfach weiter streut weil die breiter ähm ähm man weiß ja nicht genau wo diese Zellklumpen sitzen sitzen die jetzt im Oberschenkel sitzen die in der Hüfte sitzen die im Sternum sitzen die in den Lymphknoten ähm ähm dementsprechend sollte man also mit der Röhre arbeiten und wie gesagt Anthony Hollands Eleventh Octave ist sicherlich ähm eine der besten Einstellungen um Lymphoma zu behandeln und da haben wir die ähm ähm Programme 06 bis 08 die es natürlich auch für jede Applikationsart gibt und dann kann man natürlich auch wenn man nicht genau den Cancer Beschreibungen findet die mir ja da einsetzen muss auch mal ein Gradescan machen weil es gibt so viele verschiedene Programme für die Leukämien und die Lymphome dass wenn man die alle auf einmal spielen wollte stundenlang ähm vor dem ähm Spooky sitzen würde manchmal hilft auch ein Reverse Look ab wenn man einen normalen Scan gemacht hat oder einen Cancer Scan gemacht hat wobei der Cancer Scan bei den Lymphomen ja gut man klebt es halt dahin wo man es am meisten merkt vielleicht über die Milz ähm oder in der Nähe ähm durch Schultern weil die Hals-Lymphknoten befallen sind ähm ähm aber ein Reverse Lookup hilft manchmal zu entscheiden welche Programme man dann benutzen will hier nochmal hier nochmal ich sag da gleich noch mehr ein bisschen noch ein bisschen mehr dazu so die neue Software die jetzt im September rausgekommen ist da hat es auch eine kleine Änderung gegeben im Vergleich zu dem was ich das letzte Mal erzählt habe diese Programme 06 bis 08 die sehen jetzt anders aus die haben also diesen ganzen System ähm System Scan Cancer Scan und Cancer Type in ein eigenes äh Preset reingepackt damit sie da ähm die ähm Wellenform anders bestreiten können das heißt also man muss nur noch diese drei Programme ersetzen durch die Biofeedback Scans oder den Cancer Type den man gemacht hat es ist also relativ einfacher geworden ähm das letzte Mal waren die ganzen anderen Presets noch mit aufgeführt hier beziehungsweise die Programme in dem Preset aufgeführt und man musste da hin und her arbeiten mit den Pfeilen jetzt ist es relativ einfach System Scan Cancer Scan Cancer Type bringt mir hier unten rein und entfernt die Platzhalter so mein meine Kritik bedenken an diesem DB Cancer Programm ähm sind folgende erstens sind es furchtbar lange Anwendungszeiten das heißt man sitzt also vier fünf Stunden ähm vor dem Gerät ähm entweder um eine Plasma Applikation zu bekommen oder Kontakt oder was immer und es sind wenig empfohlene Ruhe oder Regenerationszeiten drin es sind zwar in den Foldern immer wieder diese CX Programme drin für ähm die man nach Healing A oder äh nach dem Cancer A kann man das Healing A laufen lassen nach Cancer B kann man das Healing B laufen lassen und so fort aber es wird irgendwie nicht genau beschrieben ähm wie denn so der Zeitablauf sein sollte und wieso und warum er das machen sollte ähm ich würde wirklich empfehlen die mehr in diese Behandlung einzubinden weil wir haben ja einen Tag Nachtrhythmus und dann ist auch immer die Frage was ist zu wenig was ist zu viel an äh Frequenztherapie soll man eine Herxheimer Reaktion haben oder sollte man sie vermeiden da gibt es also zwei große Lager unter den Rhyfern ähm und was wichtig ist finde ich ist dass man tagsüber den Körper zwar stressen kann indem er solche Programme laufen lässt die Cancer Cellen also Krebszellen Viren und so weiter vernichten aber nachts sollte man aus dem Sympathetic aus dem Fight & Flight Mode rauskommen und sollte in den parasympathischen Mode reinkommen diesen Rest & Digest Modus denn was hier tagsüber an Schäden auftritt oder an Veränderungen auftritt wird nachts wenn der Körper im parasympathischen Modus ist wieder einigermaßen repariert und neu sortiert wenn ich jetzt aber Tag und Nacht ähm Killing Programme laufen lasse finde ich ist das ein bisschen viel und aus diesem Grunde bin ich eigentlich ein Fan ähm von ähm den Befürwortern Pausen zu machen also herxame Reaktion nach Johann Stegmann das war ein ein Reifer der in Südafrika gearbeitet hat er ist 2016 verstorben das war ein älterer Herr ähm der sagt wenn eine herxame Reaktion auftritt ist das ein Fehler von dem Praktiker dagegen sind dann Leute wie Bradley Johnson der also hier auch Spooky unterrichtet ähm und Webinare veranstaltet der sagt herxame er muss sein sonst ist das ganze die ganze Therapie nix ich halse da mehr mit Dr. Bill McGraw der ist Arzt in Panama der sagt also so zwei Stunden am Tag reicht eigentlich ein Killing Programm egal ob das gegen die Viren gerichtet ist gegen die Lymphome oder Schwermetall Ausleitung aber man sollte eine Pause einlegen wenn eine Überreaktion eine herxreime Reaktion stattfindet und man sollte erst dann damit weitermachen ähm wenn das abgeklungen ist wenn das ein bis drei Tage dauert dann dauert das eben ein bis drei Tage und diese Art und Weise der Therapie sagt mir persönlich mehr zu ähm denn ich weiß von anderen energiemedizinischen Anwendungen wenn einer eine richtige herxreime Reaktion hat erstens mal ist es total unangenehm und wenn ich das dann noch ignorieren würde und noch weiterhin behandeln würde dann würde ich das auch nur schlimmer machen also muss ich den herxreime ausklingen lassen beziehungsweise man sollte dann Heilprogramme laufen lassen und vor allen Dingen sollte man Heilprogramme nachts laufen lassen und wer in der glücklichen Situation ist einen Skalar zu besitzen schlaft im Skalarfeld das Beste was man machen kann man kann es einfach machen mit Remote aber Heilungsprogramme können auch mit den Kontaktklebeelektroden ähm appliziert werden ja und dann ist immer immer noch die Frage ja was mache ich denn wenn ich jetzt so eine herxreime Reaktion hatte mache ich das gleiche nochmal oder wähle ich besser ein anderes Programm wenn ich keine herxreime Reaktion habe was mache ich denn dann nochmal versuchen oder ein anderes Programm wählen wie lange soll man Reift benutzen diese Frage ist für die als allgemeine Antwort als allgemeine Frage oder ist nicht allgemein beantwortbar das hängt von jedem Einzelnen an wer so eine richtig fetter herxreime Reaktion mal hatte der sicherlich erpicht darauf ein anderes Programm zu benutzen und versuchen das sanfte anzugehen wer keine herxreime Reaktion hatte gibt es eigentlich nicht jeder hat eine Reaktion jeder hat eine Heilungsreaktion wenn er mit Energiemedizin behandelt wird aber manchmal oder meistens ist die so schwach dass es kaum einer merkt nichtsdestotrotz was findet die statt man verändert ja was im Körper ich würde das eigentlich nur im Individualfall beantworten und will auch darauf hinweisen dass es viel von der Intuition des Patienten abhängt wenn ein Patient sagt nee ich probiere lieber was anderes aus gut ein anderes Programm andere Applikationsmethode oder ich lasse das gleiche Programm nochmal laufen aber ich drehe die Wollzahl runter ja jeder muss das für sich selber entscheiden weil wir haben keine Studien die sagt wenn du das jetzt so machst dann wird das auch wirklich gut werden und wenn du das so machst dann wird das nicht gut sein solche Untersuchungen gibt es nicht und deswegen muss man das wirklich individuell entscheiden so jetzt wollte ich euch vorstellen das Lymphoma Protokoll das ist eine Variation von Dr. Bill McGraw der ist also Arzt in Panama und der kam ab mit dem stellte zum ersten Mal dieses Lymphoma Protokoll vor und das ist jetzt so ein bisschen leicht variiert dessen Hauptziele sind die Lymphknoten und Milzverkleinerung Viren unschädlich machen Schwermetelle ausleiten und somit Heilungsprogramm versuchen die Neoplasie zurückzuführen sprich egal was es für ein Krebs ist aber gerade beim Immunsystem beim Lymphatischen beim Lymphatischen Erkrankungen ist wichtig daran zu denken dass es eine metabolische Veränderung im Körper ist die zurückzuführen sind auf Stress auf Schwermetelle auf Viren und so weiter und wenn das abgebaut ist die Auslöser dann muss man dem Körper helfen sich wieder so zu regenerieren dass kein Krebs mehr nachweisbar ist dass die metabolische Entgleisung wieder normalisiert wird und das kann man am besten machen mit Skalar Man sollte im Körper Zeit lassen nach jeder herrksamen Reaktion ein, zwei, drei Tage Pause einlegen das heißt nicht unbedingt totale Pause mit Spooky sondern totale Pause der Killing Programme die sich gegen Viren und den Tumor richten oder die Tumoren lieber allgemein reparierende Maßnahmen laufen lassen also alles was stärkt man kann die Niere unterstützen man kann die Leber unterstützen man kann die Emotionen unterstützen es gibt viele Möglichkeiten Detox sollte 24 Stunden am Tag laufen Jein nach meiner Erfahrung ich bin eher der Meinung man sollte das halt ja ruhig zwölf Stunden am Tag laufen lassen aber Nacht sollte man sich wirklich dann andere für die Nacht sollte man sich andere Programme einstellen und sollte die laufen lassen die einem helfen gut zu schlafen gut zu träumen und fit zu sein für den nächsten Tag Hardware gut Spooky Central hauptsächlich die Röhre bei Lymphomen ein Generator X ist natürlich gut weil wir wollen auch Hand und Kill machen das eignet sich natürlich hier ganz besonders gut und ein Skalar ist natürlich eine tolle Sache wer es hat aber wer es sich leisten kann nichtsdestotrotz kann man viel machen auch mit wenig Lymphknoten werden mit Kontakt behandelt mit Laser hauptsächlich mit der Röhre habe ich schon erzählt Anthony Holland und viele Programme das heißt da sind Programme drin die wirklich darauf abzielen die Entzündung oder die Vergrößerung der Lymphknoten anzugehen gibt es zum Beispiel ein Programm drin das heißt Giant Lymphnode solche Sachen funktionieren ganz gut die Viren werden auch mit Kontakt oder mit der Röhre behandelt Killing Presets ich zeichne mal aber ich weiß nicht ob das geht mal gucken ob ich das wechseln kann das wollte ich früher noch ausprobieren könnt ihr jetzt ich kann ja nicht mit euch reden das ist ja blöd machen wir das mal anders nochmal hier drauf ja ich mache das nachher extra ich stelle das extra nachher vor weil ich immer auf dieses PDF da Bezug nehme und ihr es noch nicht gesehen habt aber ich zeige euch das nachher bringe ich hier das nicht durcheinander und wie gesagt Grade Scan kann man natürlich auch machen um verschiedene Viren zu finden und anzugehen Schwermetalle ja remote nonstop wie gesagt ja tagsüber würde ich schon sagen aber nachts würde ich das nicht machen Kontakt Plasmaröhre Skalar helfen alles die Presets finden wir unter Detox da findet man natürlich Terrain aber es gibt auch zig Programme wenn man nach Metall Metal sucht wird man also eine lange lange Liste finden von Schwermetallen die man ausleiten kann und dann natürlich die intermittierenden Heilprogramme die wird man dann aber eher mit der PEMF Spule laufen lassen mit dem Laser und mit dem Skalar so wie geht das jetzt das sind insgesamt 5 Anwendungen die sich dann wiederholen die erste Anwendung ist unter dem Unterverzeichnis Cancer unter Plasma findet man ein Preset das heißt Cancer Advanced Preset das läuft 2 Stunden 6 Minuten und da sind die original Reif Frequenzen drin jetzt sollte man aber nicht nur den Plasma laufen lassen sondern man soll gleichzeitig innerhalb dieser 2 Stunden auch daran denken Kontakt zu benutzen PEMF zu benutzen PEMF zu benutzen Ultraschall zu benutzen was ja alles im Spooky 2 mit drin ist das könnte ein Problem werden weil die Kabel so ein bisschen kurz sind wer da also Schwierigkeiten hat den Plasma ungestört zu laufen ich bin dann auch ich bin dann auch gerade mit denen am Verhandeln dass man da Verlängerungskabel kriegen kann für den Ultraschall und für die Rämpfspule denn man sitzt ja man hat den Computer man hat den Central dann hat man die weißen Kabel die ja aus so straff gespannt wie möglich sein sollten und dann reichen diese kurzen Kabelchen die da am Zentrum angeschlossen sind halt nicht bis zum Patienten rüber wir haben da schon alles mögliche ausprobiert aber so richtig funktionieren tut das eigentlich nicht nichtsdestotrotz man kann den Kontakt benutzen weil die Kabel da lang genug sind und man soll zwei Sachen gleichzeitig machen drei wäre noch besser das heißt es ist ein ziemlicher ähm Stress für den Körper weil viele Sachen gleichzeitig kommen dann gibt es ein Programm das kann man entweder nebenbei laufen lassen oder hinterher das heißt Cancer also ist im Verzeichnis Cancer unter Kontakt zum Beispiel und heißt Cancer Cancer C.J.W. das zielt auf die DNA Frequenzen von vielen Krebsarten so dieses Programm ist nur 30 Minuten lang wenn ihr das jetzt parallel laufen lassen wolltet mit der Plasma Anwendung dann muss die Repeat Sequenz von 1 erhöht werden auf 5 für 2 Stunden 30 Minuten auf 4 wenn wir es 2 Stunden laufen lassen und und falls ihr das nicht mit Kontakt macht sondern mit Remote dann wundert euch nicht dass die LEDs nicht flackern die Frequenzen sind so hoch die flackern so schnell dass sie nicht richtig leuchten also das ist nicht eure Remote kaputt sondern das Licht an dem Programm ja und sollten dann nach dieser ersten Anwendung diese ungefähr 2 naja gut 2 Stunden 6 2 Stunden 30 ihr könnt es ein bisschen länger machen ihr könnt es aber 2 Stunden ist so was man eigentlich machen sollte wenn danach eine starke Heilungsreaktion auftritt dann macht man halt eben Pausen mit den Heilungsprogrammen mit den Killingprogrammen so hier ist das erste unter Plasma ähm findet man cancer advanced preset das ist dieses hier und wenn man nachschaut ist es 2 Stunden 6 Minuten da sind die Reif original Reif Frequenzen drin in diesem Programm und unter cancer cancer contact cancer findet man Programm das würde normalerweise eine halbe Stunde dauern allerdings habe ich hier schon eingesetzt repeat sequence da war vorher eine 1 da habe ich eine 5 draus gemacht und deswegen steht hier 2 Stunden 30 Minuten ihr könnt auch 4 Minuten 4 eingeben dann ist es nur 2 Stunden so zusätzlich zu den ähm ersten Anwendungen kann man also zum Beispiel ein Hunt & Kill laufen lassen mit Contact oder mit Remote wenn man schon 2 Stunden am angebunden war ähm ans Gerät durch Plasma-Applikationen oder durch Contact-Applikationen wenn wir es vielleicht über Remote laufen lassen und für Lymphoma-Patienten eignet sich natürlich Blut als allerbestes im Sample-Digitizer wie das genau gemacht wird habe ich im letzten Webinar erklärt ähm und Hunt & Kill heißt es werden Frequenzen gefunden wenn die gefunden sind werden die weitergegeben zum Beispiel an die Remote dann spielt die Remote diese Frequenzen ab und wenn sie das gemacht hat es sind meistens 10 Frequenzen deswegen laufen die eine halbe Stunde dann fängt die der Sample-Digitizer wieder an zu arbeiten und versucht ähm die gefundenen Frequenzen zu optimalisieren und zu verfeinern und das Ganze läuft so lange bis entweder einer abschaltet oder bis es keine Verfeinerungsmöglichkeiten mehr gibt das kann aber relativ lange dauern und weiterhin kann man auch Blutreinigung laufen lassen das ist sowieso etwas was ein Lymphoma oder ein Leukämiepatient eigentlich fast täglich machen ähm machen kann das ist zum Beispiel das Programm vom Blood Purify äh und das ist am besten appliziert mit dem Handgelenkslaser läuft nur 20 Minuten und ähm hilft also ähm das die Viskosität des Blutes ähm zu reduzieren ähm außerdem kann man so Sachen wie Cancer Cell Repair Octave laufen lassen das ist auch ein Programm das läuft 48 Minuten ähm das kann man über Remote laufen lassen das kann man über Kontakt laufen lassen wenn man dieses Programm wählt ist es am besten wenn man nach Auswahl der Applikationsmethode ähm ähm ein Preset benutzt das heißt Golden Ratio ähm weil das sind dann Sinuswellen dann ist das noch ein bisschen sanfter und wer ein Skalar hat benutzt den Spooky 2 Skalar General SS Preset so wenn dann keine Herxheimer Reaktion stattgefunden hat kann man am nächsten Tag mit der zweiten Anwendung weitermachen vielleicht ist es dann aber auch erst der dritte oder vierte Tag an dem er weitermachen die zweite Anwendung ist eine krebsspezifische Anwendung mit der Programmauswahl mit Preset Spooky Plasma Advanced oder Anthony Hollins Eleven Traumonic und dann kann man Programme auswählen mehrere Programme und lässt die zwei Stunden laufen jetzt ist natürlich die Programmauswahl es ist riesig es sind unheimlich viele Programme von denen man wählen könnte ähm dann ist es schwierig manchmal zu entscheiden passt das jetzt für mich oder passt das nicht wie war die Diagnose nochmal ist das dasselbe weil ihr habt es in Deutsch da ist es in Englisch das ist also nicht so ganz einfach aber alles was so klingt wie es könnte relevant sein für euch die könnte die gesamten Programme aufladen und könnten Great Scan machen dann sollte man sich aber mal 40 Hits einstellen dann läuft nämlich wenn man 40 Frequenzen hat ähm kann man Programm dann hinterher speichern was dann für zwei Stunden läuft wenn man mehr haben will wenn man es länger laufen lassen will kann man auch mehr machen ich habe mal hier so ein Beispiel gemacht hier habe ich mal Lymphom eingegeben und habe mal die ersten ich weiß nicht genau äh 20 oder so angeklickt und habe die geladen und habe die jetzt in den Great Scan hineingegeben hier sind die ganzen Programme drin geladen hier habe ich den Namen eingegeben Great Scan man sieht nur einen Teil davon für Lymphoma habe das hier geändert auf 40 Hits und dann lässt man das laufen das sind insgesamt 151 Frequenzen die da durchgeht das dauert vielleicht 5 Minuten bis ähm der Great Scan beendet ist und dann könnt er hinterher speichern ähm und das Programm benutzen das ist dann als BFB gespeichert ähm das läuft dann für zwei Stunden so natürlich kann man auch für die zweite Anwendung die gleichen Programme wie unter Erstbehandlung als zusätzliche benutzen bei der dritten Anwendung macht man dann ein Hunt & Kill den sollte man aber dann möglichst mit Kontakt machen das hätte ich vielleicht reinschreiben sollen das habe ich vergessen oder mit Plasma und wenn dann der Kill anfängt das heißt also wenn der erste Generator seine Jagd seine Jagd beendet hat und die Frequenzen gefunden hat und dann wird man ja ähm dann werden die Frequenzen an einen anderen Generator weitergegeben der dann die Applikation macht also zum Beispiel ein Generator der an Plasma angeschlossen ist und wenn das dann anläuft dann kann man auch mal einen Reverse Lookup laufen lassen so ich bin ja kein großer Fan für Reverse Lookups weil viele Leute der Meinung sind jo das ist ja deine Diagnose und dann stimmt das ja alles gar nicht es ist keine Diagnose man kann mit Reverse Lookup keine Diagnose stellen Ende aber man kann mit Reverse Lookup mal gucken welche Frequenzen sind denn da aufgeführt die in anderen Programmen benutzt worden sind und wenn die in anderen Programmen gut sind dann lassen wir dann benutzen wir mal einfach diese Programme also beim Reverse Lookup da passieren die tollsten Sachen dass Männer plötzlich in der Liste der gefundenen Programme finden dass sie also Uterosmyome haben und genauso passiert das bei Frauen dass die irgendwelche Prostatageschichten haben das heißt das eben nicht das geht auch bei Gendern nicht aber es heißt dass da Programm dass da Frequenzen drin sind die in anderen Programmen angewendet worden sind so und das hilft einem manchmal ein bisschen auf die Sprünge wenn man jetzt einen Reverse Lookup macht dann macht man das normalerweise mit dieser Einstellung mit einer Toleranz von 0,125 das ist standardmäßig angegeben wenn man Reverse Lookup machen will und man schließt auch die Harmonix ein und drückt dann Go aber wir wollen das jetzt ein bisschen breiter fächern und wir lassen die Harmonix weg und wir benutzen eine Toleranz von 0,25% und dann kriegt man halt Ergebnisse wie zum Beispiel hier das heißt ich habe jetzt hier einen Patienten er hat ein Lymphom und jetzt gucke ich nach was kommt denn da besonders oft vor da kommt EBV vor Epstein-Barr-Virus Epstein-Barr-Virus und so weiter das heißt es ist drei viermal da drin das heißt auf jeden Fall lasse ich Epstein-Barr-Virus laufen und zwar in allen Formen die es da gibt dann hat der Patient zwar vom Arzt die Diagnose eines Lymphoms bekommen aber ich finde zweimal Cancer Nasopharyngeal da drin das heißt nicht dass der jetzt noch zusätzlich Nasen-Rachen-Krebs hat sondern das heißt dass ein Virus der möglicherweise diese Erkrankung auslöst ähm und die in diesem Programm drin sind dass man die benutzen kann wenn ihr das so lest dann macht Reverse Lookup Sinn hier genau das gleiche hier kommt mehrfach Koksegi vor und noch öfter Epstein-Barr und Herpes Simplex auf jeden Fall Epstein-Barr und Herpes und Koksegi laufen lassen Chronic Fatigue kann sein Epstein-Barr kann Zytomegalie sein kann Koksegi sein ähm hier ist also als Hauptursache möglicherweise dieses oder einer von diesen Viren zu finden so wenn man die jetzt also dann erfolgreich behandelt hat dann muss man aufpassen die kommen dann manchmal ein paar Wochen später erscheinen die wieder im Reverse Lookup das liegt aber daran weil immer noch ähm viele äh Schwermetalle im Körper sind diese Viren treten wieder auf wenn die Schwermetalle hoch bleiben wenn man die Mauer kaputt gemacht hat und wenn man die Schwermetalle rausgekriegt hat dann dann bleiben die auch weg bleiben weg ist vielleicht der falsche Ausdruck dann sind die inaktiv denn diese Epstein-Barr-Viren und Zytomegalie-Viren die leben in unserem Körper das ganze Leben lang aber sie sollen halt keine Symptome machen sollen die Klappe halten und da ruhig schlafen aber uns nicht ähm stören und das kann man dann im Reverse Lookup sehen dass sie eben nicht mehr zu finden sind dass sie inaktiv sind ja wenn dann auch mal Schmerzen auftreten und weitere Entzündungszeichen da sind dann kann man als zusätzliche Anwendung bei eigentlich allen ich weiß gar nicht warum ich das nur über die dritte hingeschrieben habe kann man dann auch mal ähm Programme gegen Schmerzen und Entzündungen laufen lassen ähm und natürlich man kann Plasma benutzen für Killing ähm aber wie gesagt muss halt vorsichtig sein dass man es nicht zu doll treibt ähm die vierte Anwendung ist dann Empty Shell Preset und ähm wir benutzen die Programme die wir jetzt in diesem Reverse Lookup vom Vortag gefunden haben und wenn es zu viele sind dann kann man wieder ein Great Scan mit allen Möglichkeiten machen die in diesen äh Spooky Software zu finden sind und weiterhin kann man Cancer Basic Programme laufen lassen da sind ich glaube es sind Dutzend Cancer Basic Programme die kann man alle mal durchlaufen lassen hintereinander muss nicht alles an einem Tag sein weil das länger geht aber auch diese helfen den die Tumoren zum Verkleinern die fünfte Anwendung ist dann ähm ein Cancer Sweep wo ist denn das abgeblieben ähm wie ist denn das was war ja ist verschütt gegangen hab ich verloren also das ist ein Cancer Sweep der ähm im Unterverzeichnis DB eigentlich zu finden ist aber da muss ich nochmal nacharbeiten tut mir leid da ähm es gibt also einen Cancer Sweep den findet man unter DB der läuft der sollte nachts laufen nach Ansicht von David Berg aber ich würde den tagsüber laufen lassen und da dieses dieser Cancer Sweep halt lange ist der geht über sieben Stunden kann man das auch mal über zwei drei Tage laufen lassen ähm und zwischendrin halt eben pausieren und dann weiter machen ja und dann wiederholt man die Anwendung eins bis fünf aber es ist ja nicht genau das gleiche was man die ganze Zeit macht sondern es ist immer wieder unterschiedlich weil man halt unterschiedliche Hunt & Kill Erfahrung hat weil man viel Auswahl hat an Lymphom-Behandlungsprogrammen und Leukämie-Behandlungsprogrammen ähm insofern ist es ein weitaus variierenderes Programm als wir das halt eben von ähm dem David Berg her kennen ja das ist die grobe Übersicht darüber natürlich kann ich mir vorstellen dass jeder ähm dass das jetzt nicht für alle zutrifft ähm aber dass es halt eben hilft äh mal eine Übersicht zu bekommen ähm und ähm ähm ich denke mir dass ähm viele Leute ähm vielleicht jetzt mehr Fragen haben als vorher ähm dennoch ähm ähm wie gesagt ich bin ja bereit ähm ähm auch ähm ähm Beratungen zu geben und wer mich also ähm ähm da ansprechen möchte der kann mich über diese E-Mail-Adresse erreichen oder durch WhatsApp ich würde gleich versuchen ihnen diese PDF-Files rüber zu schicken falls sie nicht ankommen ähm können sie mir E-Mail ähm ähm dann können wir die auch ähm ähm per E-Mail schicken ja und wäre gerne äh äh für mein anderes Projekt ähm ähm spenden möchte über Paypal an meine E-Mail-Adresse ist das möglich ähm